Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Deva, Blub, und Ikona. Blub ist irgendwo im Nirgendwo und bringt uns hoffentlich bald Pfeile mit. Ähm, ja, es wird eng. Ja, ja, die Best, ne? Äh, Deva, wie hast du dir das da in der Ecke vorgestellt? Willst du da so ein Eck reinmachen dann? Ja, ich wollte da ein Eck reinmachen. Ah, okay. Okay, okay. Aber ich gehe jetzt erstmal rüber und Holz fällen und so. Ja, ja, ja. Das ist eine gute Idee. Ich wollte mal anschauen, wo ich die Stromleitungen neu setzen muss, weil Deva ja hier neu gemacht hat. Äh, okay, ich sehe gerade zum ersten Mal, ich brauche zwei Pfeilspitzen für einen Pfeil? Ne, ne? Ne, einen? Gut. Ne, ne, okay. Warum, warum hast du dir die Mollis nicht gleich mitgenommen oder kommst du nochmal rüber? Ne, ich habe hier nur den Steg repariert gerade. Achso, okay. Nein, nein, die nehme ich mir jetzt mit. Gut. Haben wir schon gedacht, die Mollis bleiben ungenutzt. Haha, aber nicht bei Deva. Äh, niemals. Niemals. So, ich schaue noch, dass ich die Rampe da so... Ja, wie sieht es denn mit Holz für Spikes aus für drüben? Deva ist doch gerade im Weg. Ich bin auf dem Weg. Achso, okay. Ich bin auf dem Weg nach drüben. Ich, ähm... Hatten wir hier noch Spikes? Ich hatte, ihr sagt, in der Forge-Küste müssten noch so 73 oder irgendwie mit die 70 Spikes liegen, ja. Ja, die habe ich jetzt nicht mitgenommen, die müsstet ihr da mitbringen. Äh, hallo Zombie, ich habe nichts dabei. Ich muss einen Knüpp. Deva ist ideal vorbereitet. So, einmal Luft holen. So, und wieder runter. Damit habe ich jetzt alle Eisenpfeilspitzen aufgebraucht. Was ja schön ist. Aha. Wunderschönen, dann geht es jetzt ja endlich richtig los. Ach, du blöde Kuh, ey. Ach, ja. Du kannst mich nicht töten ohne Arme. Bist du dir sicher? Ja. Eigentlich zumindest. Eigentlich, die kann mich nicht töten, aber sie hatte nur noch zwei Stummel. Ja, das kann ich aber beißen. Nein. Oh man, okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. So, ich brauche jetzt Bäume hier. Gib mir hier Bäume. Ich habe schon wieder verjessen, wie dieser blöde Schmelztiegel heißt, ne? Ähm, irgendwas mit C. Die musste ich da sowieso in einer Werkbank herstellen, ne? Äh, ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht. Oder sogar nach Forge. Ich muss gleich mal gucken. Hunger, Durst. Ah, 20 HP noch. Ah, na toll. Eigentlich erstaunlich, weil so oft ich das Ding jetzt gebaut habe in den letzten Wochen. Vielleicht solltest du dir das irgendwo aufschreiben. Ich tätowier mir das auf der Hand. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich sollte vielleicht auch mal Luft holen. Bringst du mir Pfeile mit? Pff, ich kann eine Wäsche geben, ja. Dann mach ich schon mal ein paar Spikes. Mhm. Also deine neue Rampe ist gleich mit Strom geschützt. Ach gut. Vielleicht muss die nochmal austauschen, die Einzelteile oder aufwerten. Ja, ja, ich stehe ja eh nicht drauf. Ich stehe da vorne. Bleib stehen, Hase! Ich krieg dich! Was? Hör auf zu rennen, ich krieg dich! Bleib stehen! Stehe da, voll! Ah! Usa, Usa, Hase? Ach, da kommt ihr schon wieder eine Schreierin unterm See. Ach, Hase weg. Ich werde mal anschauen, wie die in die Stromleitung rennt. Ja. So. Ich hoffe, sie läuft, wenn dann hoch. Müsste sie. So, wie weit habe ich die Stromleitung jetzt gemacht, bis daher? Oder habe ich noch weiter gesetzt? Ne, da habe ich noch nicht, aber da wird es auch nötig sein. Ähm. Hatte jemand noch keine Helmlampe? Ja, ich habe eine. Ich auch. Wir haben alle, naja. Okay, ich habe jetzt nämlich noch einen Footballhelm aus dem Skater rausgekriegt. Ja, gut. Du kannst trotzdem mitnehmen. Ja, na klar, bringt ja Kohle. Falls mal was verloren geht. Kann man, glaube ich, auch ganz gut verkaufen. Mhm. Ja, man kann ihn aber auch einfach mal aufheben, falls man brauchen. Ich glaube, nach der Hordenacht muss ich dann nochmal zum Händler. Ich muss mal gucken, ob der eine funktionierende Chemiestation da hat. Oh, 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 oh. Hubschrauben, Schrauben, Schrauben. Richtung Norden. Äh, oh, die kommt über der... Ne, der kommt vorm Berg runter. Der kommt vorm Berg runter. Ja, okay. Ja. Aber ich bin voll. Ja, ich könnte mal gucken gehen. Jetzt habe ich in die Luft geschaut, jetzt sehe ich das schnell. Warte, 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 warte. Lauf mal kurz in die Gegengesetzte Richtung, Deva, dann kann ich dir ein paar Pfeile droppen. In die Gegengesetzte Richtung... Hab dich gerade laufen sehen. Von wo kommst du denn? Ich komme dann im Gegenteil von Norden, ne? Da, genau. Da läuft was Schwarzes. Ja, 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 da ist das. Da ist das. Da heißt das Blub. Das heißt Blub. Ähm. Danke. Kein Ding. Doch, dafür habe ich noch Platz für die Kiste. Ich lauf da mal hin. Kiste, 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 Kiste. Ui, hier ist ein Loch. Äh, das war ich nicht. Zwölf Uhr. Das schaffen wir, das schaffen wir, das. Mäh. Ich wollte doch noch Spike setzen. Ja. Möchten die beiden Budde-Experten uns dann drüben erst mal... Boah, Schreierin. Moment, ja. Ich gehe mal aufs Dach. Ich glaube, ich... Und wo kam das? Direkt vor der Tür. Ach, du Scheiße. Da vom Berg kommen sie von links und rechts. Was? Sie ist direkt vor der Tür. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Mach an. Na ja, ich musste die ja ausschalten, wenn ich das da... als ich das da abgerissen habe. Nö, das kannst du doch belaufend nicht drum machen. Äh, nein. Äh. Ach, da ist nichts mehr. Oh, 15 Federn gefunden. Sehr gut. Da ist die Kiste. Bei dem Eingang ist keiner. Und da. Können aber was brubbeln. Ja, ja. Der eine Seite haben wir noch einen Heismut und dann... Genau. Der lebt noch. Mhm. Jetzt nicht mehr. Haha, war schneller. Uh, der hat eine Schutzanzugsjacke dabei. 170, nimmst du die mal raus? Ich kann nichts mehr nehmen. Gerne. Gleich in die Verkaufskiste rein, der Teil. Dafür gibt's, ja, ja. Dafür gibt's richtig Kohle. Mach mal dat Fenster zu. Äh, die Tür. Antibiotikum, sehr gut. Ähm. So. Pack ich mal mit da hin. Den Ölschiefer pack ich den mal in deine Partskiste rein, ne? Ja, ja, mach nur. Kohle. Kohle? Pack ich einfach die Schuhe. Ach, ich hab wieder geerntet und nicht weggemacht, ne? Was? Hopp. Die. Ich kann nix wegmachen. Ich bin komplett voll. Ich hab die bloß umgehauen, dass die hier kein Aua machen. Ah ja. Hätten wir auf. Und ich hab lieber einen toten Zombie zu liegen, als... Als... Im Leben... Nee. Wo ist denn die Verkaufskiste? Über der Tür. Da, wo Verkaufen dran steht. Ah. Über der Tür, die überbringt nicht viel bei unserem Haus. Wir haben vier Türen. Naja, aber es hängt nur eine Verkaufskiste direkt über der Tür. Das ist richtig. Das kann man ändern. Allein zum Verwirren von Hegona. Okay. Ich... Ich... Pack euch schon mal Pfeile in die Werkzeugkiste. Ja. 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 Könnt ihr euch Nachschub holen. Das ist ne Idee. Okay. Die war, dass sie noch 19 Schuss, 7, 6, 2er drinnen. An der Werkbank. Mh... Ich hab auch nochmal... 5 Ölmüchte gemacht. Augenbladen... Eisenhelm hab ich hier. Oh, ich komm mal... Und Eisenbrustpanzer hab ich gefunden. Eisenhelm wollen wir aber nicht, Danu. Ist egal. Ja, aber lernen kann ich ihn, ja. Bauen werde ich ihn nicht. Also, außer ihr wollt's ihn unbedingt. Nö. Äh... Waffenparts. 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 Ach, da. Wir haben drüben drei Waffenkisten und du schaust du dir, was ich hinhaben will. Ja, ich pack die vorne rein. Das... Die war's Part. Genau. Ich hab aka Scharfschützengewehr gelernt. Na gut. Ich hab mal gedacht, du brauchst die drüben Spikes. Ja, ich bin erstmal noch am Bäume fällen. Ich hab ja noch. Wer ich im Auftrag. Ja, und so, was kannst du dann so lernen? Weil ich die Kiste leer gemacht hab. Ach so. Die Lootkiste. Ah, okay. War noch was Schöne drinne? Äh, ja der Unsinn. Anbrust oder so? Ne. Oh, schade. Anbrust wär echt geil. Ich guck mal kurz, ob ich die gelernt hab. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Von wo meint ihr kommen die? Wieder von hinten? Oder vom See? Ich nehm mal wieder von hinten. Ja, okay. Hier ist ein Stein im Weg. Dieses Mal sind keine Bäume im Weg. Das find ich schon sehr angenehm. Ja, die hab ich weggeklopft. Äh, Danu, über den Schiefer leg ich dir mal diese deine Painting-Ding rein. Jaja, ich bin aber jetzt auch schon drüben. Jaja, ich wollt's dir was sagen. Hm. Du warst ja unsere Farb-Tante. Ja, genau. Wenn die was anbaut, kann ich endlich malen. Hm. So, jetzt das ganze Werkzeug ablegen. Dann waschen nehmen. Hm. Hm. Haben wir drüben noch Fackel? Ich glaub ein paar fertige waren noch drüben, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, ich brauche 40 geschmiedete Eisen, 10 Parts, 1200 Steine. Ich hoffe, wir haben noch Steine da. Ja. Nein. Also wenn wir eins nicht haben, ist es Stein. Ähm, haben wir noch einen neuen Bogen? Meiner ist kaputt. Kann ich dir gleich einen neuen machen? Mach dann, äh, ist irgendwo auch noch Leben drinne, den ich klauen kann? Wenn nicht, wäre das... Oha. Leben müsste da sein, ja. Parts, 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 da. Äh, und geschmiedete Eisen. Die überarbeitet hier schon wieder das Backwind? Ähm, warte mal, sind nicht noch im Haus welche? Ja, ich mach nur eine zweite Bremse rein. Also mit dem Durchgang dazwischen, ne? Ja. Sind im Haus nicht noch unten Bögen? Ja, aber ich kann doch jetzt 300er herstellen. Ja, dann mach lieber 300er und bring die mit. Kostet neuer Arnast. Du musst die es aber rüberbringen, ja. Ja, ja, mach ich dann. Ich werde auf jeden Fall noch schnell, bevor ich das anschmeiße, schneller fertigen mal lernen. Genau, kann ich jetzt. So. Ja, was musste ich denn jetzt noch lernen? Das nächste Mal war doch... Das... Das wäre dann eben chemisch, ne? Mhm. Aber... Ich wissenschaft erst auf... 7. Bringt ihr noch ein bisschen, ähm, was zu essen mit? Kann man machen? Und zu trinken. Ich bring noch mal die 73 Spikes von hier noch mit. Mhm. Äh... Hier wäre noch 76 Stacheldraht. Nee, lass... Oh no. Nee, Stacheldraht brauchen wir da herum. Einfach vor den Spikes nochmal als, äh, Erstbarriere aufbauen, weil die machen halt gut Schaden, ne? Dachte, wäre jetzt mir so... Stacheldraht kann man dann drüben unter der Stromleitung, oder vor der Stromleitung bauen. Ja. Ja. So, dass dort hängenbleiben und am besten schon britzeln. Dafür sind sie ideal. Umso länger kriegen die Schaden. Mhm. So, dann müssen wir nochmal im Haus gucken gleich. Ja. Der Felsen ist da gleich weg. Ja. Nicht, dass da wieder Kunstwerke veranstalten können. Äh, ja, nee, vor allen Dingen sieht man sie da ja nicht, weißt du? Deva, ich mach mich mal ein bisschen in deiner ersten Waffenkiste mit breit. Da packe ich dann Federn und, äh, Pfeile und so rein, ne? Ja, ja, alles gut. Warum liegt denn da Blei drin, ne? Ach, alles klar, okay. Nee, 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 nee. Nee, Geschossspitzen. Ja, 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 nee, ich hab mich verguckt. Da ist wie das Senkblei von der Angel. Ja, ja, aber... Wo sind denn die Bögen? Äh, die hätte ich denn, wenn denn, noch im Inventar. Ach, okay. Wollen wir dann die Pfeile auch mit rüber nehmen, wenn so keiner... Ja, 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 ja. So, jetzt kann ich auch alles lernen. So, vier Pfeile in Auftrag. So, ich lerne mal das doch. Ja, ach ja, was... Ach ja, Essen. Ich packe Essen und Trinken ein, alles gut. Okay. Brauchen wir nichts? Switches and Triggers, Triggerplate, Electric Timer Relay, Triggerplate. Okay, brauchen wir gerade nicht. Blade Trap? Das brauchen wir schon. Jö, ich kann jetzt das Blade Trap bauen. Ähm... Machen wir gerade ein neues... Maisbrot? Maisbrot an. Ja, ich habe hier noch 15... Also, ich habe noch 15 Bacon und Eggs in der Tasche. Mhm. Ich glaube, so viel brauche ich gar nicht mit rübernehmen. Ich packe mal... Freie Sicht nach hinten. Ähm, du hast nicht was anderes gemacht, was ein bisschen mehr bringt, wenn du die Eier mitbringst. Fake und Eggs ist doch das, was am effektivsten ist. Nein. Hm, nee. Was gibst du mit Eiern noch? Eier und Fleisch, was da effektiver sein soll? Ähm, zum Beispiel der Meteo, ich weiß nicht, ob wir zu Erde können haben. Ähm, wir haben... 29. 18 und 27. Ich glaube, ich glaube, wir sollten rüberkommen. Ihr müsst rüber. Hast du die Pfeile eingepackt? Ja, habe ich. Okay, dann abmarsch. Du machst zu. Ja, 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 ich muss mir bloß ein First-A-Kit noch mitnehmen, weil ich habe nur 40 HP. Ich habe 56 von 90. Ich habe die Bögen, habe ich. Gut, dann abmarsch. Rönnennennennennennen. Ähm, fehlen denn jetzt irgendwo noch Spikes? Ein paar habe ich nämlich. Nee, wir müssen ein bisschen noch was auffüllen und reparieren, mehr nicht. Nee, weil im Prinzip war da drüben eh noch alles. Hm. Ist das mit Absicht da eine Reihe frei? Ja, damit man da durchlaufen kann. Ah, okay. Naja, es bringt uns so ein dichtes Feld ja nichts. Nicht wirklich, nein. So nett das auch ist, aber, ähm... Loot macht auch Sinn. Ähm... Gucke mal, wart ihr schon im Haus mal drinnen, oben und unten? Okay, ist nix drinnen, ne? Wir haben uns gedacht, das machst du noch, ja. Okay. Ja, hier sind noch zwei 250er Bögen, die scrappe ich gleich mal. Und packe euch in die erste hängende Kiste. Essen. Bisschen trinken. Okay. Und die Bögen rein. So, der Fels ist da auch mal weg. Äh, ähm... Was denn hier jetzt mit dem Holzrahmen? Moment. Ich höre Zombies. Ja, da hinten. Hm, kommen die schon? Nee, ja, da kam einer. Lass mich mal rein, ich bin Pussy. Achso. Heguna ist Pussy? Jo. Was? Okay. Ähm, achso, äh, Pfeile lege ich euch dann auch nochmal da rein. Ja, ja. Wer macht hier so ein Krawall? Ich weiß nicht, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Hinter dem Stein? Hinter dem Stein? Nö. Nö, ist nix, ne? Ach, da ist was, ähm, ähm. Blub, schießt schon drauf. Okay. Geber, wir haben noch zwei Stunden. Ja, dann mach ich noch ein bisschen Holz. Genau. Uuuh, schnell laufen, laufen, laufen. Jetzt kommen sie dann wahrscheinlich aus dem Süden und überrennen uns, weil da fast keine Spikes sind. Was? Da sind Spikes, ein paar. Da sind überall Spikes. Wir wollen ja nicht die halbe Karte mit Spikes auslegen, oder? Nein. Und wenn sie ein bisschen am Haus knabbern, ist das auch nicht schlimm. Das hält ja schon aus. Eben. So. So. So, die drei üblichen Felsen habe ich jetzt einmal weggemacht, weil die haben nicht gearbeitet. Ja. So. Äh, ein 300er-Bogen, gut. Sieben. Munition anlegen, passt. So. So, sind eigentlich alle schon drin, oder? Ja. Ja, ich bin drin. Ich stehe auf dem Dach. Nein. Ist noch wer draußen? Dann komm rein. Ich setze gerade noch Spikes. Und ich repariere mal die Eingangstüre, ja? Du brauchst nicht so viel Spikes setzen. Hinten haben wir dich doch schon. Jetzt. Das mach nicht so dicht. Ah, nee. Hast du jetzt die Lücke aufgefüllt? Nein. Nein. Nein, da ist noch eine Lücke. So. Ich hab'n Hammer. Ich verhau dich. Nimm dir einen Bogen, oder du hoffst so ein Mecker an. Ich verhau dich. Verhau ihn. Das braucht er eben. So. Ja. Alle drinne, dann nehm' ich jetzt die Rahmen weg. Ja, ja, nimm weg. Ja, heute haben wir auch eine schöne Aussicht hier. Ja. Ich muss erst mal was essen. Ich hab nämlich nichts mehr. Mollis ausrüsten und warten. Ähm. Wollen wir jetzt, ähm. Wann haben wir eigentlich angefangen aufzunehmen, die Folge? 21 Minuten. Okay. Habt ihr euch alle ein 300er Bogen genommen? Eine kurze Folge und dann können wir die ganze Horde nach den Eimen machen. Ja, also dann hat Hegona recht. Dann machen wir hier Schluss. Und, ähm. Oh. Wir sehen uns gleich wieder. Also, nix mal. Tschüss. 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 Hegona.